Mit Spannung wurde er erwartet, der neue Fünfer aus dem Hause BMW. Mehr als 5,5 Millionen Fahrzeuge dieser Baureihe wurden seit 1973 im Verlauf von fünf Generationen verkauft. Jetzt ist sie da, die sechste Generation. Die Neuauflage basiert auf einer neu entwickelten Fahrzeugarchitektur, die auch für die Luxuslimousinen der BMW 7er Reihe genutzt wird. Mit dem längsten Radstand im Segment, der langen Motorhaube, den kurzen Überhängen und der coupéhaft fließenden Dachlinie hebt sich die neue BMW 5er Limousine deutlich vom Wettbewerbsumfeld ab. Alle Varianten sind optional mit 8-Gang-Automatikgetriebe erhältlich. Zur Markteinführung der neuen BMW 5er Limousine stehen ein 8-Zylinder und drei 6-Zylinder Benzinmotoren sowie zwei 6-Zylinder und ein 4-Zylinder Turbodiesel zur Wahl. Umweltfreunde müssen noch ein Jahr länger warten. Erst ab Frühling 2011 soll der neue 5er als Hybrid zu haben sein.